Mein Auftraggeber war gleichzeitig auf dem Weg nach Tiriberka. Er wollte ein Propaganda-Video drehen lassen, um den moralischen Niedergang seines Landes zu bekämpfen. Mit 100 Pinguinen. Auf seinem Weg lag ein Hotel, in dem er übernachtete. Dort begegnete er dem größten Problem. Einem verliebten Mädchen aus Deutschland. Ey! Hallo! Ey! Ihr Name war Vinha. Zu Hause in Deutschland hatte sie sich in einen Russen verliebt. Der Mann war verschwunden und Vinha entschlossen, ihn zu finden. Eine Mütze. Danke. Und? Hat alles geklappt? Ja, klar. Sie hat einen Kollegen ihres Geliebten aufgespürt, der bereit war, ihr zu sagen, wo sie ihn findet. Ich habe gute Nachrichten. Er hat ein Zimmer gebucht. Wirklich? Ich sage es dir ehrlich, das Hotel ist weit draußen. Sehr weit draußen. Am Nachbartisch vermutete niemand anderes als mein Boss, dass diese Information einen hohen Preis haben würde. Und dass ein verliebtes Mädchen bereit wäre, diesen Preis zu zahlen. Hast du ihm gesagt, dass ich nach ihm suche? Nein. Hat er mich erwähnt? Das Einzige, wovon er gesprochen hat, bevor er ging, war Bach. Ihr Dur-Sonate. Das Trompeten-Solo. Darüber hat er gesprochen? Eine ganze Nacht lang. Hat er dir wirklich von meinem Solo erzählt? Hast du's bei dir? Geschäft ist Geschäft. Alle bekamen, was sie wollten. Binia wusste jetzt, wo sie ihren Geliebten findet, und ihr Gegenüber hatte ein paar Rubel mehr in der Tasche. Ich habe hier etwas, das Ihnen gehört. Von Timur. Wenn der alte Mann einen Umschlag hervorholt, der dem verliebten Mädchen ziemlich bekannt vorkommt, dürfte sie längst das Bedürfnis haben, das Auto zu verlassen. Es gibt Dinge, für die man kein Geld nehmen darf. Sehen Sie die Spuren dort im Schnee? Ein Tier auf Nahrungssuche für seinen Nachwuchs. Und während der alte Mann von Tierspuren im Schnee und der Vollkommenheit der Natur und der Verkommenheit seines Landes spricht, dürfte dem Mädchen klar werden, dass das mit dem Aussteigen gar nicht so einfach sein könnte. Sie darfst du nicht verkaufen. Aber die Korruption frisst dieses Land auf. Auf allen Ebenen. Ich bin sehr froh, Ihnen hier begegnet zu sein. Das Einzige, was für Sie zählt, ist den Mann zu finden, den Sie lieben. Sie sind auf einer großartigen Reise, Vinja. Eine junge Deutsche, die ihrer großen Liebe an den russischen Polarkreis folgt. Hast du ihm gesagt, dass ich nach ihm suche? Nein. Hast du es bei dir? Ein junger Vater, der davon nichts ahnt. Und ein mysteriöser Oligarch in Sorge um sein Land. Tja, Tja, Tja! Da war Blut auf dem Umschlag. Die Dinge sind nicht so genau, wie ich es mir vorgestellt und gewünscht hätte. Das tut mir leid, aber ich habe jetzt die Verantwortung für dieses Kind. Daran lässt sich nichts ändern. Lass uns zusammen weggehen, André. Deine Tochter können wir mitnehmen. Daran lässt sich nichts ändern, Sie lieben.